Moin moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Theorem. Ja, es geht weiter mit Session After Wall. Ja, jetzt sind wir hier im Unterboden und müssen hier mal gucken, irgendwelche Aufgaben lösen. Ich war ja mit euch hier bereits in der letzten Folge schon hier drin, aber irgendwie habe ich noch keinen so richtigen Plan. Hm, wie lang? Hier fahren wir schon. So, mein kleiner Freund, dann hüpf mal. Hier waren wir schon. Okay. Hier geht's nach oben. Okay. Das war wohl nichts. Zack. Und... Ah, Theorem. So wird das nichts hier. Zack. Zack. Wo komme ich hier hin? 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 Ja, wo komme ich denn hier hin? Jetzt laufe ich hier nochmal längs. Aber hier sollte ich bestimmt gar nicht lang. Hi. Süß. Hm. Wenn ich hier noch irgendwas mache? Ich weiß bloß nicht was. Zack, zack. Hm. Ähm... Das Ding. Das muss hier nach oben. Das hier eigenartig. Warum geht denn das nicht? Hm, einmal ordentlich mal hinsetzen. Hm. So. Hier treffen sich die Winde. Irgendeine Jahreszeit? Hm. Das und Dings Keine Ahnung, muss ich dich jetzt mitnehmen? Okay, probieren wir mal. Nee, kommt doch gar nicht hin mit diesem Ding. Ach man, ein bisschen Ratlosigkeit. Ah, nee, 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 sind wir unten lang. Das ist die komische Pflanze. Hier waren wir auch schon. Fuck. Hm. Hm. Okay. Hm. Hm. Das ist ja einartig. Muss doch irgendwie gehen. Ja, wir kennen die Jahre Zeit. Komm jetzt. Ah. Hm. Hm. Na gut, dann guck ich mal nach im Internet. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ja, keine Ahnung. Ähm. Ja, komm. Komm, Fuchs. Na? Kommst du? Komm sie ja jetzt. Gut. Hm. Ich hab keine Ahnung. Die Lösung hab ich nicht so wirklich gefunden. Schlammloch. Hm. Rein tolltisch müsste das alles so funktionieren. Hm. Mann. Habe ich hier irgendwas verkehrt gemacht? Gleich du? Ne, da nicht. Hm. Hm. Ach man, das weiß ich nicht. Hm. 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 Mann, warum geht das nicht? Flamm noch. Da ist das Ding. Ich guck noch mal. Ja. Ein Moment. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Internet sagt nix. Zumindest finde ich nix. Vom Gefühl her müssen wir unten fertig sein. Aber das ist nur mein Gefühl. Ähm. 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 An der anderen Seite. Äh. 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 Gut, und wie komm ich da jetzt hin? Oh. Das war glaube ich verkehrt, richtig? Zack. 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 Nee, ich glaube die brauchen wir gar nicht mehr. Ach man. Warum ist das so schwer? Ich stelle mich bestimmt wieder zu blöd an hier. Ach manno. Nee. Mach mal wieder Sommer bitte. Danke schön. Zack. 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 Einmal Sommer bitte. Frühling bitte. Einmal Winter. Zack. 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 Da war ich doch schon. Irgendwas ganz Simples. Ist bestimmt irgendwas ganz Simples. Einmal Helps bitte. Einmal Helps. Ja. So. 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 Hm. Irgendwas habe ich noch nicht aktiviert. So. 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 automatisch durch hier damit komme ich nur höher ok mit was über sich denn hier der zirriem ist überfragt zack zack kommt er mal raus weit weg er die jahreszeit fügen wir mal versuchen jetzt auf der andere noch über Okay. hier kommen wir ja nicht weiter ... ... ... ... Ach man! Warum geht denn das nicht? Ich hab alles. Hä? Hä? Okay. Was hab ich jetzt anders gemacht? Muss man nicht verstehen, ne? Na. So. Ich muss einen Schluck trinken. Tut mir leid. Was hab ich jetzt denn anders gemacht? Ja, ich hab die Zeit. Oh, c'est das. Okay. Okay. Der Wind kann erneut wehen. Er wird dich zur Knospe führen. Lass dich tragen, Fuchs. Ja. Ich lass mich tragen. Ich würde mal sagen, ja, genau das, ähm, ich wünsch dir noch, oh, ich, meine Ohren, ne? Ja, ich muss mal ein bisschen leise machen. Hui, 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 hui. So, ich wünsch dir noch einen schönen Tag. Wie diese Folge reicht's? Das war ja komische Rätsel gerade. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Oder was habe ich überhaupt gemacht? Hm, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge, ja, etwas gefallen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen, wenn du noch nicht gemacht hast, ein Abo. Würde mich auch sehr darüber freuen. Jo, und vor allem, ich freue mich, wenn du diese Folge wieder einschaltest. Wenn das wieder heißt, Tierimzog Session Afterall. Also, bis dann. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.